Herzlich willkommen zu DINACON 2023. Schön, haben Sie alle den Weg hier nach Behn gefunden, den Weg in den Progress gefunden. Mein Name ist Neuer Freiberghaus, ich studiere Multimedia-Production im fünften Semester und freue mich sehr, euch heute hier durch diese DINACON 2023 begleiten zu dürfen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ja was macht eigentlich hier ein Student, aber dieser Event durfte ein Team von Multimedia-Production-Studenten von der Fachhochschule Graubünden mit organisieren, neben dem OK der DINACON und deshalb stehe ich auch heute hier. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wo ein Raum ist, wie es weitergeht mit dem Programm, wir alle tragen so schwarze T-Shirts oder Hoodies mit dem DINACON-Logo und dort dürfen Sie sich sehr gerne melden für irgendwelche Fragen, dann werden wir diese beantworten. Ja, es ist schön, hat es auch in diesem Jahr wieder geklappt mit einer DINACON, in diesem Jahr sogar wieder mit einer ganztägigen Version, mit vielen spannenden und vielseitigen Vorträgen und Keynotes. Zum Start ein paar allgemeine Informationen für euch. Wir haben auch dieses Jahr wieder verschiedene Räume. Aktuell befinden wir uns in der Aula. Hier finden vor allem die großen Keynotes, es finden die Mobilitätssessions und auch die Podiumsdiskussion statt. Wenn Sie die Türe hinter euch nehmen und dann den Flur entlang gehen, dann gelangen Sie zur kleinen Bühne. Auch dort werden verschiedene Vorträge stattfinden. Die kleine Bühne ist auch überall mit Wegweisung beschriftet, sollte also kein Problem sein, diese zu finden. Wenn Sie zum Pakt gelangen wollen, auch dort finden Vorträge statt, dann müssen Sie durch diese Tür hinter mir gehen, ins EG runter und auch dort ist dann wieder alles angeschrieben. Das Mittagessen findet in der Torhalle statt, dann müssen Sie wieder diesen Eingang oder Ausgang nehmen, die Treppe runter und dann links, also eigentlich gerade ein Stockwerk unter uns. Da gibt es etwas Warmes zu essen um 12.30 Uhr, damit natürlich an diesem frostigen Tag alle ein wenig aufgewärmt sind. Das ganze Programm, wann welche Präsentation stattfindet, das finden Sie mit diesem QR-Code. Diesen haben Sie alle beim Eingang erhalten. Er ist auch immer hier auf diesem Bildschirm ersichtlich oder jetzt auch auf dem Beamer. Wenn Sie diesen QR-Code scannen, dann gelangen Sie einerseits zum Programm des heutigen Tages, andererseits zum WC-Code, ist auch sehr wichtig. Und ihr kommt zum Q&A-Tool. Während den Vorträgen hier in der Aula haben Sie nämlich die Möglichkeit, über das Smartphone Fragen zu stellen. Diese Fragen werden wir dann anschließend der Session probieren zu beantworten. Ihr müsst aber nicht selber Fragen stellen oder könnt, ihr könnt selber Fragen stellen, aber ihr könnt auch andere Fragen liken. Also wenn ihr findet, jemand anderes hat eine super Frage gestellt, könnt ihr diese liken und die beliebtesten Fragen werden wir dann zusammen beantworten. Also unbedingt das Smartphone nach vorne nehmen, den QR-Code scannen und das Q&A-Tool nutzen, um Fragen den Speakers zu stellen. Dieses Jahr haben wir auch ein Gewinnspiel für Sie vorbereitet. Wir haben ein neues DINACOM-Maskottchen entwickelt. Hier wunderschön unsere DINA. Wir haben diese hier im Raum versteckt, einige Male. Und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wolltet, dann solltet ihr gerne hier in der Aula euch ein wenig umschauen, wie viele DINAs es hat. Beim Eingang hat es dann eine schöne Vase mit Zettelchen und könnt dann euer Tipp abgeben, wie viele DINAs ihr hier im Raum gefunden habt. Und am Ende gibt es dann auch so eine wunderschöne Lego-DINA zu gewinnen. Und dazu noch ein Ticket für die DINACOM 2024. Also unbedingt in den Pausen ein wenig rumschauen, wo das DINAs sich befinden und dann am Wettbewerb teilnehmen. Zeit für diesen habt ihr bis heute Nachmittag um 16.20. So, genug Infos würde ich sagen. Wir beginnen gleich mit der ersten Keynote. Aber jemand möchte euch noch begrüßen in seiner Stadt, sage ich jetzt mal. 2015 war er Nationalrat, 2007 ist er Nationalrat geworden bis 2015. Jetzt ist er Stadtpräsident, ich würde sagen, ich lehne mich jetzt zum Fenster aus, von der schönsten Stadt der Schweiz, wenn nicht sogar der Welt. Ich begrüße ganz herzlich unseren Stadtpräsidenten Alec von Grafenrieden. Einen großen Applaus. Ja, herzlichen Dank. Ich nehme an, der Applaus laut der schönsten Stadt. Herzlichen Dank. Merci für den. Herzlich willkommen hier in Bern. Danke, dass wir diesen Anlass wieder durchführen können und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist sogar ein bisschen gestulpt, Sie bei Minaco. Das finde ich ein gutes Zeichen. Bei aller digitalen Affinität war mir die Zeit der Pandemie doch langsam ein bisschen. Das ist etwas zu viel und ich habe lieber zu viele Leute im Raum als zu viele Videokonferenzen. Aber Dinacom hat ja einen fulminanten Start heute. Der Bundesrat hat gestern gefunden, wir müssen ein Zeichen setzen und er hat sich auch wieder einmal mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Ich bin froh darum, dass auch der Bundesrat Zeichen setzt, dass wir in der Schweiz eben vorwärts machen müssen und dass wir die Leute auch mitnehmen müssen. Genau gleich geht es in der Stadt Bern. Auch in der Stadt Bern möchten wir vorwärts machen. Ich finde, wir waren lange genug zu langsam unterwegs und wir möchten das etwas verschleunigen. Aber es nimmt natürlich alles seine Zeit und wir entdecken auch die Hürden, die damit verbunden sind. Aber wir haben gesagt, wir wollen digital werden, einfach für alle. Wir wollen alle mitnehmen. Und ich hatte gestern ein spannendes Treffen mit dem Rat der Seniorinnen und Senioren. Wir sind ja die Stadt der Beteiligung. Wir versuchen mit allen Anspruchsgruppen zu sprechen. Und eine wichtige Anspruchsgruppe im Bereich der Digitalisierung, das waren ja immer die Seniorinnen und Senioren. Und es hat immer geheissen, man schließt diese Gruppe aus, wenn man alles nur digital macht. Und wir haben schon länger das Motto Digital First, Digital Only. Wir wollen nicht zweispurig, analog und digital unsere Produkte entwickeln, sondern wir wollen konsequent jetzt eigentlich die neuen Produkte nur noch digital entwickeln, aber allen zugänglich machen. Und in diesem Zusammenhang war es spannend, mit den Seniorinnen und Senioren zu sprechen. Der Diskurs hat sich völlig verändert. Also Sie müssen sich vorstellen, der Gemeinderat, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, sitzt aber noch mit deutlich Älteren zusammen. Das sind der Vorstand, das sind acht Personen, die gekommen sind zwischen 75 und 85 Jahren. Und es war nicht mehr das Thema, wir haben keinen Zugang, wir finden keinen Zugang, alles ist nur noch im Computer und so. Das ist weg. Sie haben gesagt, Sie möchten einfachere Zugänge, Sie möchten eine Verbesserung unserer Homepage. Also der Diskurs hat sich völlig verändert. Und ich glaube, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Strategie und dass es möglich ist, eben alle Leute auch mitzunehmen. Dafür möchten wir auch die nötigen Voraussetzungen schaffen. Ich bin froh, dass seitens des Bundes jetzt die Rahmenbedingungen sich auch langsam verbessern. Wir arbeiten daran, wir möchten ein großes Berndportal erarbeiten. Wir möchten, dass der Zugang, dass wir einen einzigen Zugang haben zu allen Dienstleistungen, mindestens zu allen öffentlichen Dienstleistungen. Dafür arbeiten wir mit dem Kanton zusammen, mit den anderen Städten im Kanton zusammen, damit wir Bundesdienstleistungen, kantonale Dienstleistungen und die kommunalen Dienstleistungen für alle, also für die Bevölkerung in der Stadt, aber auch für die Gäste, die wir in der Stadt haben, zusammenfassen können und für alle erreichbar machen können. Und damit schaffen wir einen wichtigen Weg, dass wir eben gemeinsam unterwegs sein können in eine digitalere Gesellschaft, die für uns auch eine inklusivere Gesellschaft sein wird, weil wir eben neue Begegnungsräume schaffen, bei denen wir uns auch alle begegnen können. Ein Thema dabei ist zum Beispiel, also wir versuchen wirklich das breit zu fassen und wir haben immer auch wieder Diskussionen mit unseren Verkehrsbetrieben. Und unsere Verkehrsbetrieben sind gekommen und haben gesagt, wir können jetzt noch grössere, noch teurere, noch kompliziertere Automaten aufstellen, wo man sein Billet an jeder Tramstation lösen kann für die ganze Schweiz. Und ich habe gesagt, hört doch auf mit dem. Wir alle haben den Computer bereits bei sich. Ich möchte viel mehr, dass wir darauf setzen, dass wir Tickets digital lösen können, dass jeder das Ticket eben mobil lösen kann, überall, jederzeit, dass wir auf die neuen Tools setzen und dass wir nicht mehr diese monströsen Automaten, die dann Vandalen sicher sein müssen. Und die Sicherheit konsumiert 90% der Investitionskosten dieser Automaten, dass wir darauf setzen müssen. Und mehr und mehr setzt sich das auch durch und ich glaube, damit können wir einen Schritt machen, dass wir auch profitieren können, dass alle profitieren können von den Möglichkeiten, die uns eben die digitale Gemeinschaft bietet. Dafür sind wir aber natürlich auch auf Fachleute angewiesen, dafür sind wir auch auf Leute angewiesen, die vorangehen, die schliessen am Haare. Das sind Sie, dafür brauchen Sie solche Konferenzen wie heute und deswegen bin ich froh, dass DINACOM heute in Bern wieder in dieser Form stattfinden kann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, einen erfolgreichen Tag, einen spannenden Tag und helfen Sie uns, dass wir miteinander weiterkommen auf dem Weg in eine nachhaltige, digitale Zukunft. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.